Kommt ein großer Inflationsschub, wirkt die Inflation die Börsen ab? Was heißt das für Gold? Machen die Notenbanken gerade einen großen Fehler oder machen sie alles genau richtig? Darum geht es heute, willkommen bei Zukunftsmärkte. Die EZB ist unter die Dichter gegangen. Roses are red, violets are blue, we'll keep financial conditions favorable till the crisis is through. Ein Juwel der Dichtkunst ist zwar schon ein paar Wochen alt, ist am Valentinstag verschickt worden, aber ich wollte es Ihnen trotzdem nicht vorenthalten. Kunst und Kultur haben schwer zur Zeit und da springe ich mit meinem Kanal natürlich immer gern ein. Es kommt auch noch mehr Lyrik übrigens am Ende von diesem Video. Es geht ja zum Glück wieder aufwärts überall, auch mit dem Kultur- und Kunstbetrieb. Da kann er auch sehr froh sein, bevor wir am Ende vielleicht doch noch merken, wie wenig wir ihn vermisst haben in der Krise. Und würden wir bei dem Gedicht jetzt reingehen in die Textinterpretation, dann würden wir ganz schnell merken, dass es Fehler enthält. Rosen sind nämlich nicht immer rot und violets sind auch nicht immer blau. Wenn, dann sind sie wahrscheinlich eher violett. Was uns dazu bringt in gewisser Weise, dass wir schon bei einfachsten Fragen eigentlich die Urteilsfähigkeit der EZB anzweifeln müssten. Aber der entscheidende Teil ist natürlich der zweite. Die Finanzierungskonditionen sollen günstig bleiben, sprich ultralockere Geldpolitik, bis die Krise eben vorbei ist. Und das begrüßen viele sicherlich. Andere sehen darin aber möglicherweise auch so eine Art Drohung oder zumindest eine Gefahr. Man ist an den Börsen inzwischen nervös. Und das liegt an den Inflationssorgen, die wir haben. Und damit verbunden eben, dass vielleicht auch die Zinsen jetzt noch weiter steigen. Und wenn die Anleger wieder höhere Zinsen kriegen am Markt, dann werden Aktien ja relativ zu Anleihen unattraktiver in der Tendenz. Habe ich oft schon darauf hingewiesen, auf den Sachverhalt. Es gibt auch zig andere Beiträge mittlerweile, wo das auch behandelt wird. Hier haben wir zum Beispiel ein Video von meinem sehr geschätzten Kollegen Lars Eriksen. Vorsicht Zinsen! Und wenn uns das jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, dass wir mal in Panik geraten, regelrecht, weil es wieder minimale Zinsen gibt am Markt, dann hätte das keiner geglaubt. Aber so ist es und sagt auch viel darüber aus, wo wir inzwischen stehen natürlich. Auf jeden Fall Zinssorgen, Inflationssorgen, die sind zurück. Die Zinsen sind stark gestiegen, vor allem in den USA. Hier wird Zins auf Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit, Aufsicht von einem Jahr. Letztes Jahr sind sie eher langsam noch gestiegen, aber ab Januar hat es dann einen richtigen Schub gegeben bei den Zinsen. Von einem Prozent ungefähr auf 1,8 Prozent in der Spitze. Und damit sind sie aber trotzdem noch weit unter der Inflationsrate, weil die Verbraucherpreise in den USA, die sind im April plötzlich gestiegen um 4,2 Prozent. Deutlich stärker als erwartet. Und die Produzentenpreise um 6,2 Prozent. Und im Zuge dessen steigen jetzt auch die Inflationserwartungen, und zwar sehr schnell. Der Markt rechnet jetzt für die nächsten 5 Jahre mit einer Durchschnittsinflation von 2,8 Prozent pro Jahr. Das ist der höchste Wert seit 2006. Und das muss aber natürlich noch nicht das Ende sein von dem Ganzen. Und das ist das, was die Börsen zurzeit beunruhigt. Aber, auch wenn man das jetzt weiß, auch dann kommt einem vielleicht das eine oder andere ein bisschen komisch vor. Oder mysteriös sogar vielleicht. Es geht los mit der Grundsatzfrage. Warum fallen denn die Aktien jetzt bei den Inflationsdaten? Also wenn man hört, dass die Inflation steigt. Man hat uns doch jahrelang erzählt, Aktien sind Sachwerte. Und Sachwerte sollen uns doch genau davor schützen. Und die zweite Frage, die man sich stellen könnte. Warum sind die Aktien bis jetzt gestiegen und Gold ist zum Beispiel nicht gestiegen? Das ist ja auch ein Sachwert. Inzwischen erholt sich Gold auch wieder, aber da komme ich nachher noch kurz darauf zurück. Und dann drittens, und das ist besonders merkwürdig eigentlich. Hier nochmal kurz die US-Anleihezinsen. Also warum sind die bis März trotz Nullzinspolitik durchgehend gestiegen? Und zwar ja synchron zum Aktienmarkt, nicht gegenläufig. Und jetzt plötzlich, wo die hohe Inflation da ist, da steigen sie nicht mehr. Und viertens, Rohstoffe und Rohstoffaktien. Der Inflationsschutz schlechthin ja eigentlich. Zumindest wird uns das permanent so verkauft. Aber als die Inflationsdaten in den USA reingekommen sind, da neulich, da waren das genau die Aktien, die es mit am stärksten erwischt hat. Und mir ist das Thema Rohstoffe, das habe ich ja schon gesagt, mir ist das sehr wichtig. Ich will es hier deswegen auch nicht nur kurz streifen, sondern wie schon erwähnt, das wird extra behandelt, ausführlich, morgen im Zukunfts-Märkte-Report. Wo stehen wir bei den Rohstoffen? Bei Öl, Kupfer, Nickel, Eisenerz. Was ist da noch spannend momentan? Was wird stark gefragt und gebraucht? Wo ist Potenzial und wo sind wir vielleicht schon überhitzt? Morgen früh haben sie das alles bei sich im Postfach. Wenn Sie jetzt die Reports von uns noch nicht kriegen, die kann jeder bekommen. Die sind gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Aber daran denken, der Report zu den Rohstoffen, der geht eben morgen schon raus. Darum gleich anmelden und der Link dafür ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. Gut, was erklärt jetzt diese ganzen Entwicklungen, die ja gut, ein bisschen widersprüchlich wirken. Wir können heute die Märkte nicht mehr verstehen ohne Blick auf die Notenbanken. Und wären die Zeiten jetzt normal, dann würden unsere westlichen Notenbanken wahrscheinlich sagen, aha, jetzt erholt sich die Wirtschaft wieder, der Inflationsdruck steigt auch wieder. Wir müssen jetzt einfach gegensteuern, ganz normal. Die Zinsen anheben, Geldversorgung drosseln. Aber die Zeiten sind eben nicht normal. Und das sind sie schon lang nicht mehr. Und speziell die FED in den USA, die hat schon bevor dieser Inflationsschub gekommen ist, jetzt ganz klar formuliert, wie sie den einschätzen wird und was sie dagegen zu tun gedenkt. Nämlich gar nichts. Die FED sagt, diese Krise ist beispiellos jetzt, die ist noch lang nicht vorbei. Und darum wird die Geldpolitik auch dann nicht geändert, wenn die Inflation über das Ziel von 2% überschießen sollte. Weil dieses Überschießen, das ist in jedem Fall vorübergehend. Und wenn man dem folgt und viele Marktteilnehmer tun das wohl, dann erklärt das zum Teil zumindest, warum der Marktzins und die Inflation jetzt so auseinander gehen. Weil man sich nämlich ja denken kann, dass die FED jetzt die Zinsen trotzdem drückt, trotz höherer Inflation, dass sie damit ja vielleicht sogar recht hat. Und die Inflation geht vielleicht wirklich wieder zurück. Das ist nicht völlig abwegig. Das, was wir haben an Daten zurzeit, also sowohl zum Wachstum als auch zur Inflation, das beruht ja wirklich zu einem guten Teil auf Basiseffekten. Der ganz harte Corona-Schock, das war genau vor einem Jahr. Und da ist es völlig logisch, dass die Unterschiede dazu im Vergleich jetzt eben sehr groß sind. Und in dem Punkt, da muss man auch wirklich sagen, unsere Wirtschaftspresse momentan, die bekleckert sich da nicht immer mit Ruhm, wenn sie darüber schreibt. Also wenn man da liest zurzeit, wie wahnsinnig gerade sich alles erholt und überall neue Rekordwerte beim Sentiment und so weiter. Ja klar, im Vergleich zum absoluten Tiefpunkt in der Krise mit der Inflation ist es genauso. Was haben wir denn erwartet? Wir haben bei Ölen einen Anstieg in einem Jahr gehabt um 80 Prozent, Kupfer 90 Prozent, Eisenerz 130 Prozent, Mais um 100 Prozent, Soja um 80 Prozent. Wie gesagt, zu den Rohstoffen gibt es ja morgen den Zukunftsmärkte-Report. Aber dadurch allein schon die Inputpreise, ja natürlich steigt da die Inflation. Aber es ist möglicherweise eben trotzdem auch berechtigt zu sagen, liebe Leute, jetzt macht euch mal nicht ins Hemd, das flacht ja auch irgendwann mal wieder ab. Nur, was wenn nicht? Die FED hat sich ja jetzt, wie gesagt, schon festgelegt, was von der künftigen Inflation zu halten ist. Was, wenn sie sich da irrt? Und vor allem, woran merken wir das? Das macht es ja auch zurzeit so verdammt schwer für einen Anleger. Wir werden nächsten Monat wieder einen Inflationswert kriegen. Und wenn der noch mal höher ist, dann stehen wir im Grunde ja auch nur wieder vor derselben Frage. Ist er vorübergehend? Ist er nicht vorübergehend? Also egal, was wir da kriegen, es hilft uns erst mal nichts. Das Einzige, was wir vielleicht machen können, dann, wir können uns anschauen, wie der Markt darauf reagiert vielleicht noch. Also behält der die Nerven, behält er die Nerven nicht. Und auch möglicherweise die FED, vielleicht behält die ja die Nerven auch nicht. Aber wie hoch ist die Inflationsgefahr jetzt? Ein wichtiger Faktor, das wissen Sie, das ist die Geldmenge. Je höher die Geldmenge im Prinzip, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass der Wert des Geldes fehlt. Und was Sie auch wissen, selbstverständlich, das ist, dass wir schon seit der Finanzkrise 2008 eine extrem lockere Notenbankenpolitik haben. Und das ist noch mal verschärft worden. Trotzdem, nach der Finanzkrise 2008 ist das Ganze mehr oder weniger ganz gut ausgegangen. Es gab eine globale Erholung der Wirtschaft mit einem relativ inflationsarmen Wachstum. Und das dann natürlich flankiert von einem starken Anstieg der Börsen. Das hat viele überrascht, weil es ja auch ganz anders hätte laufen können. Nur, dass es nicht anders gelaufen ist, das war natürlich dann ein Triumph der Notenbankenpolitik. Die Schattenseiten, die hat man ausgeblendet. Weil es hat ja durchaus einen starken Inflationsschub gegeben. Nur eben nicht bei den Verbraucherpreisen, sondern bei den Vermögenswerten. Also Aktien, Bonds, Immobilien und so weiter. Dass Aktien jetzt teuer sind, das kann man vielleicht noch verkraften, auch sozialpolitisch. Aber nicht, dass es zig Millionen Arbeitnehmer gibt, die sich mit ihrem Gehalt vor der Finanzkrise wahrscheinlich locker Wohneigentum hätten leisten können und die jetzt aber weit davon entfernt sind. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Ja, womit wir wieder bei der Lyrik wären. Aber trotzdem ein Triumph letzten Endes für die Notenbanken und eine großartige Bestätigung darin, dass ultralockere Geldpolitik auch schwerste Krisen überwindet und das vermeintlich ohne große Nebenwirkungen. Und darum glaubt man, Rosen sind Rot, Pfeilchen sind Blau und wir können auch diesmal wieder das Ganze bedenkenlos durchziehen, ohne Inflationsgefahr. Aber ich bin mir da nicht so sicher. 2009 und 2021, das ist nicht das Gleiche. Erstens, nach der Finanzkrise ist natürlich ein Großteil von der zusätzlichen Liquidität aufgesaugt worden, von Vermögenswerten und von den Finanzmärkten. Wir können nicht davon ausgehen, dass das wieder so ist, weil Immobilien und Aktien teilweise auch sind inzwischen schweineteuer, Bonds werfen oft auch nichts mehr ab und wir haben, wie gesagt, ja die Inflationssorgen, die die Märkte ja auch nervös machen. Und zweitens, diese Inflationssorgen, die werden ja zusätzlich noch dadurch angeheizt, dass das ja die FED zum Beispiel erklärt, dass sie auch dann, wenn Inflation kommt, erstmal nichts dagegen macht. Das ist paradox, aber es kann trotzdem so kommen, dass sie genau dadurch das bekommt, was sie eigentlich nicht will. Drittens, die Weltwirtschaft erholt sich sowieso schon, die Inflation erholt sich auch. Wir haben viel aufgeschobenen, aufgestauten Konsum auch und es kommen aber trotzdem noch, vor allem in den USA, riesige Konjunkturprogramme im Billionenumfang jetzt noch oben drauf. Das ist der eigentliche Unterschied im Vergleich zur Finanzkrise 2008. Die Ideologie ist jetzt eine andere. Und das wird auch immer wieder betont, dass ja die Geldpolitik jetzt flankiert werden muss, durch deutlich höhere Staatsausgaben und durch eine deutlich höhere staatliche Neuverschuldung. Das wird also nicht befürchtet, das wird gefordert, damit das Geld eben dann auch wirklich im Kreislauf ankommt. Aber wenn es da dann natürlich ankommt, dann kann es auch Inflationsdruck erzeugen. Nach der Finanzkrise, da war es noch so, da hat man das Gefühl gehabt, vor allem hier in Europa, dass man Exzesse abbauen muss, Verschuldung abbauen muss. Sie erinnern sich noch an die Rettung von Griechenland, die Kämpfe, die da geführt worden sind, an die Austeritätsdebatten mit Italien, Spanien, Portugal. Da war noch Sanierung angesagt, die Notenbanken sollten das natürlich unterstützen. Aber das, das ist vorbei, das Thema ist rum. Und wie schon oft gesagt, die schwäbische Hausfrau ist tot und begraben. Es gibt ein paar Politiker noch und Volkswirte, die sehen höhere Schulden kritisch. Aber das sind Leute von vorgestern. Die werden nicht mal mehr kritisiert heute. Die werden nur noch belächelt. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn die Krise jetzt vorbei ist, weil wir dann ja immer noch weitere tausende Themen haben, wo wir unbedingt ganz, ganz, ganz viel Geld reinbuttern müssen. Insofern, es kann immer noch sein, dass es halbwegs glimpflich abläuft mit der Inflation. Dass es wieder so kommt wie von 2009 bis 2019. Ich würde mich nur nicht darauf verlassen. Wenn sich die Geschichte jetzt wiederholt, Erholung bei niedriger Inflation und dauerhaft niedrige Zinsen, dank starker Deflationskräfte übrigens, über die ich ein eigenes Video gemacht habe, auch vor einiger Zeit, dann kann es auch sein, dass die Börsenrallye weitergeht, dass Aktien das denkbar beste Investment sind die nächsten Jahre. Aber vergessen wir nicht, was damals dann auch passiert ist. Nämlich zum Beispiel ein starker Einbruch bei den Rohstoffpreisen. Hier haben wir einen Dow Jones Commodity Index die letzten 10 Jahre. Angeführt von Öl und von Agrarrohstoffen ist er eingebrochen. Ausgerechnet die Rohstoffe. Und das mitten in der Erholung hinein. Oder was zum Beispiel mit Gold passiert ist auch. Auch da ab 2011 eine jahrelange Korrektur. Erst 2016 hat es sich dann wieder erholt. Und das witzigerweise ganz genau dann, als die Fett die Zinsen wieder angehoben hat. Auf der anderen Seite ist Gold was, das sie vor Dingen schützt, vor das sie sonst fast nichts schützt. Und es erholt sich auch gerade wieder. Also von August bis März sehen wir hier im Einjahreschart, da ist es gefallen, weil da die Zinsen gestiegen sind. Sie erinnern sich. Seit März steigen die Zinsen nicht mehr. Die Inflation steigt aber weiter. Und die Anleger merken natürlich, dass die Realzinsen dadurch immer mehr ins Negative rutschen. Und ich glaube, langfristig ist es eine Tendenz, die uns auch erhalten bleibt. Ich gehe immer noch davon aus, dass auf lange Sicht die Notenbanken nicht mehr in der Lage sind, die Geldpolitik so zu machen, wie sie angemessen wäre und wie sie der Geldwertstabilität vor allem angemessen wäre. Weil man sich das nicht mehr leisten kann, mit Blick auf die Finanzmärkte und mit Blick auf die allgemeine Verschuldung. Und das spricht stark für Gold langfristig. Auf der anderen Seite, ich sitze jetzt zwar auf glühenden Kohlen schon, weil mich ja zum Beispiel auch Goldminenaktien sehr interessieren, aber anders als viele andere, ich bin nicht davon überzeugt unbedingt, dass wir jetzt kurzfristig die große Goldrallye kriegen. Zumindest nicht zwangsläufig. Ein einziger Hinweis oder ein einziges Signal darauf, dass der Inflationsdruck vielleicht doch vorübergehend ist momentan und Gold kann sofort wieder einbrechen. Oder vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass die Fed ihre Politik irgendwie vielleicht doch revidiert. Auch das wäre schlecht für Gold. Aber das brauchen wir noch nicht mal. Für eine Goldpreiskorrektur reicht ja auch schon oder würde schon reichen, wenn jetzt die Zinsen in den USA doch wieder steigen, weil eben der Inflationsdruck schon so stark vorausgelaufen ist. Und schon wird es auch nicht mehr besonders gut aussehen für Gold. Nicht mehr so gut, wie es im Moment aussieht. Wir stehen wirklich an einem Scheideweg. Wir haben die Corona-Rallye gehabt, weil Notenbanken geldbillig war. Aber wir kommen an einen Punkt, wo wir auf die Widersprüche von dieser Politik stoßen. Und weil die Bewertung jetzt schon so hoch ist, kommen wir an diesen Punkt wahrscheinlich auch früher als gedacht. Das ist ein Problem. Ich habe auch keine Empfehlung für Sie im Moment. Da werden einige jetzt ganz furchtbar meckern drüber. Wenn Sie mehr wissen als ich, schreiben Sie es rein in einen Kommentar. Oder auch, wenn Sie entsprechend Vermutungen haben, wie es weitergehen könnte. Ich freue mich drüber natürlich. Im Moment will ich jetzt mal nur zeigen, welche Kräfte da gerade am Wirken sind am Markt, meiner Meinung nach, und welche Konsequenzen die jeweils haben können. Es kann aber durchaus sein, dass wir in ein paar Wochen schon wieder mehr wissen, wenn wir neue Daten haben. Und wenn wir diese Daten dann eben auch wieder entsprechend beobachtet und bewertet haben. Dafür ist der Kanal hier auch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie das zusammen mit mir weiterverfolgen, auch in Zukunft, auch wenn es nicht ganz einfach ist alles. Und wenn Sie den Kanal auch abonnieren. Dabei auch die Glocke drücken für die Benachrichtigung, dass es für neue Videos da sind, damit Sie das dann auch immer brühwarm gleich mitkriegen. Und dann habe ich Ihnen ja noch ein Gedicht versprochen. Passt genau zu dem Thema und in aller Bescheidenheit ein Höhepunkt meines literarischen Schaffens und heute erstmals öffentlich auch vorgetragen. Die Entwicklung ist fatal und alles andere als banal. Und ich habe auch keine Wahl, denn ich sitze im Zugriffstal. Drum erspart mir diese Qual. Abonniert jetzt den Kanal. Alles andere ist egal. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.